Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Haunted Gas Station, ein Horrorspiel. Ich weiß nicht worum es darin geht, aber wir gehen direkt auf Play und schauen einfach mal rein. Press E, to interactive, WASD, to move, Mars, bla bla. Gut. Nicht zu vergessen, mein Kaffee ist wieder am Start. Und die Autos, die vom Fenster lang fahren. So. Ach, kein Signal. At least I have a flashlight on this thing. Well, maybe somebody at the gas station will have somebody that can help me out. Okay, also laufen. Mit der Maus geht nichts. E geht momentan auch nichts. Sprinten kann man nicht, aber irgendwas mit der leeren Tastenkammer. Ja. Hier ist niemand drinne. Läuft. Das ist sehr laut. Mit ESC kann ich auch nichts machen. Interessant. Man kann auch nicht langsam laufen oder irgendwie so. Also alles eine ganze Geschwindigkeit. Slashies läuft. Ah. Uh. Hello? I heard the radio click off. Is someone out there? I'm, uh, over in the bathroom. Yeah. Hey, so I hit a deer off the road a bit. I was wondering if you could help me out. Oh. That happens a lot around here. So, uh, I locked myself in here by mistake. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here, I'll help you out, man. Sure thing, man. I'll be right back with that key. Okay. Irgendwo... hier hinten soll der Schlüssel sein. Boah, du Arsch. Ich mach's dir Hackbraten. hier hinten. Ich mach's dir Hackbraten. Ich mach's dir Hackbraten. Ich mach's dir Hackbraten. Ich bin nicht mal gespannt. Alter, was war das? Listen, man. There is something going on outside. Geh zu. Geht nicht. Schade. Uah. Okay. Nope. Back to my van. Was zum... Was zum... Uah. 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 Alles klar. So, es tut mir leid für den kurzen Cut. Uah. Die Maus war weg. Ich konnte nichts machen. Ich musste das Spiel kurz beenden. Und bevor ihr meinen Desktop-Hintergrund seht, man sieht nicht viel außer das Bild. Aber trotzdem Diskretion muss sein So Dann auf ein neues Hallo Wow, ich muss auf den Weg laufen Läuft Also ich muss vor dem wohl wegrennen Aber wie mach ich das? Lass mich Hallo Ich hörte die radio auf, ist jemand da? Ich bin in der bathroom Ja, hey, so I hit a deer off the road a bit I was wondering if you could help me out Oh, that happens a lot around here So, uh I locked myself in here by mistake I left the key around back If you wouldn't mind getting me out of here I'll help you out, man Sure thing, man I'll be right back with that key So, wir wissen jetzt kommt gleich wieder der Hase So, Schlüssel Aber Ja gut Die Hand kennen wir ja schon Jetzt ist die Frage Wo muss ich dann hinrennen? Geht's hier weiter? Nein Was muss ich denn dann bitteschön machen? Wir versuchen es einfach mal Ah, zum Auto zurück Ja, und dann kommt schon der Geist Ja, und dann kommt schon der Geist Und jetzt Hallo? Ich kann nicht fahren, ich kann auch nicht mehr aussteigen A car, they can get me out of here Ey Nee Oh, zwitschicks Ey, bleib stehen Ey Uschi Hey, hold up Alright, time to get into their car and get out of here Leck mich am Arsch Leck mich am Arsch Ey Das war's mit der ersten Folge Ich nehm definitiv noch ne zweite auf Das Spiel fetzt irgendwie Wenn's euch bis hierhin gefallen hat Dann schaltet bitte zur nächsten ein Ansonsten Gebt nen Daumen nach oben Schreibt Kommentare Und wir sehen uns im nächsten Video Bis dann, bleib mal gespannt Genießt den Tag Bye-bye 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 Bye-bye